Der ganz aktuell in S-Dressur-Konkurrenz und erfolgreiche Bundesschampionat-Qualifikant Quahou lässt sich durch einen aufsehenerregenden Dressur-Interpreten in bestechender Dynamik mit Adel, Eleganz, Stil und Format vertreten. Vollbruder der Auktionseliten Top Secret und Top Lady. Die bewährte und verehrte Mutter zählt zu den Hoflieferantinnen der Trakena-Auktionen und war mit der Murthaler Dressur-Championess Topmodel und der eindrucksvollen Tambourin ebenfalls auf diesen Bühnen präsent. Mütterlicherseits aus dem profilierten Sportlerstamm der S-Dressur-Pferde Till Eulenspiegel, Tamino, Incello, Fontanus, Hippos-Tänzerin und Hippos-Tendenz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017